Rottenheim. Hier haben wir erstmal Rottenheim. Am 21.08.2013. Der Kum ist hier. Rottenheim und Derkum jetzt. Messer mit Kabinenroller, Oldtimer. Wenn wir das jetzt bewerten müssten, nehmen wir den nächsten Ort nochmal dazu und dann machen wir die Gesamtbewertung. Auf der nach oben offenen Verkommenheitsskala. Das ist Hausweiler. Rechts ist die Kriegsgräberstätte. Die haben sich da die Köpfe eingeschlagen und dann letztendlich wird das alles hier sowieso verlottern lassen. Was ja ganz offensichtlich ist. Ja. Gut, dann werden wir nachher bewerten diese drei Orte. Und dann sagen wir mal. Ja, von eins. Eins ist das Beste. Und dann könnt ihr euch das völlig vergessen hier. Dann haben wir noch die 10. Das schlechteste in Deutschland. Heute habe ich schon eine 9,7 gegeben. Und hier wird es dann eine 9,5 sein. Auf der nach oben offenen Verkommenheitsskala. Warum wohl? Das kann man sich wohl denken. Und tschüss.